Herzlich Willkommen im X-Lab. Wie kaum anders zu erwarten, mal wieder was aus der Collodium-Welt. Ich habe gute Nachrichten. Es klappt alles. Ich bin jetzt tatsächlich durch und habe ein größeres Shooting fast ohne Probleme durchführen können. Sie wissen ja vielleicht, Collodium ist so ein Verfahren, bei dem man nie so richtig wissen kann, ob alles klappt. Es kann zu warm sein, die Chemie nicht richtig gefiltert. Es gibt also tausend Problemchen, die auftreten können und diesmal ist es recht gut wie am Schnürchen, kann man sagen, durchgelaufen. Wer sich jetzt nur für das Making-of interessiert, das auch hier in dem Video kommt, allerdings nicht das Ganze, weil am Schluss wären einige Teile zensiert, der findet das Making-of zum Shooting auf meiner Webseite, ich blende das hier ein, komplett und unzensiert. Da werde ich im Übrigen auch in Zukunft die meisten Fotosessions als Making-of posten. Ohne viel Gerede, einfach nur mit Musik das Making-of. Worum ging es jetzt? Wir haben ein sehr schönes Shooting mit verschiedenen Motiven drinnen und draußen gemacht. Und bevor das Ganze anfing, habe ich mir Gedanken gemacht, wo noch Problemquellen liegen können. Und da bin ich auf eine Lösung gestoßen, die nirgends im Netz, also ich habe wirklich monatelang alles durchgeschaut, was sich irgendwie mit Collodium beschäftigt. Ich habe zwei Fachbücher gekauft und das, was ich jetzt sage, habe ich nirgends gefunden. Das heißt, falls Sie sich mit Collodium beschäftigen, ist das ein Tipp, der auf jeden Fall selten ist, würde ich mal sagen. Ich hatte ja das Problem, dass ich eigentlich alles perfekt nach Plan gemacht habe. Dann war auch meistens die erste Platte recht gut und dann wurde es rapide schlechter. Die Platten wurden dann immer schlechter, sodass man dann einfach aufhören musste, alles wieder neu filtern, neu zurückschütten, die ganzen Chemikalien. Und das sind ja verschiedene Komponenten. Wir haben den Entwickler, wir haben den Fixierer, wir haben das Collodium selber, wir haben die Silberlösung. Und alles kann irgendwie verunreinigt, zu warm, zu kalt, keine Ahnung was sein. Also wenn ein Fehler auftritt, also das Bild irgendwie schlecht ist, dass es irgendwie dieses Fogging, also diese Nebelbildung oder einfach viel zu schwache Bilder und so weiter, kann das eben verschiedene Gründe haben. Und ich bin lange Zeit nicht drauf gekommen, das Ganze wirklich konstant zu halten, bis ich einer Intuition gefolgt bin. Und zwar habe ich mir das Silberbad, also den Behälter für das Silberbad mal vorgenommen. Ich habe mir den im Internet gekauft von einem Anbieter für Zubehör zu diesem Verfahren. Ich habe ja 13 mal 18 Platten und die haben genau gepasst. Aber genau da war das Problem. Der Behälter ist zu klein und zusätzlich war er noch so ein bisschen, das ist ja so Plexiglas innen drin oder so, Polyacryl. Und der war auch noch gebogen, sodass der Platz für die Platte sehr eng war. Wir haben also, wenn die Platte drin war, eine Glasplatte, nur noch ganz wenige Millimeter Platz gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wenn die Chemie ein bisschen verunreinigt oder leicht verbraucht war, dass sie sich dann eigentlich kaum erneuern konnte. Und ich habe mir gedacht, wenn wir dem Ganzen mehr Spielraum geben, mehr Platz geben, also auch mehr Chemie geben, also ein größerer Behälter, dann könnte es besser sein. Also habe ich mich hingesetzt, habe einen zusammengebaut aus Acrylglasplatten und Holz. Und ich habe eben noch mehr Zeit, denke ich mir, weil wir das unterschätzt haben. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und als das fertig war, hatten wir genau zwei Tage später dieses Shooting, was ich heute im Making-of zeige. Und alles ist gut. Es ist also tatsächlich keine Empfehlung, zu kleine Behälter zu kaufen. Der Nachteil von größeren Behältern ist natürlich, wir brauchen viel mehr Chemie und gerade das Silbernitrat ist ja relativ teuer. 100 Gramm Silbernitrat kostet ungefähr 200 Euro, also es ist relativ teuer. Der Behälter, den ich jetzt gebaut habe, der hat eben statt 300 Milliliter ungefähr 550 Milliliter Fassungsvermögen, also fast das Doppelte. Aber das ist immer noch vertretbar und ich habe rechts und links Luft und nach vorne vor allen Dingen Luft. Das heißt, die Platte schwimmt freier in der Chemie und das Silber, das nichtempfindliche Silber kann sich besser aufbauen. Und plötzlich läuft es. Wunderbar, das heißt, ich kann sogar jetzt bald anfangen mal mit Workshops oder eben auch mit Shootings. Also wenn Sie ein Porträt von sich brauchen oder einen Workshop, dann einfach mal schreiben. Ich freue mich. Und jetzt schauen wir uns das Making-of an. Wie gesagt, gekürzt, weil der Schluss nicht jugendfrei ist. Nichts Schlimmes, aber Sie wissen ja, YouTube. Und wie gesagt, wer es dann auf meiner Seite anschaut, kann das ganze Making-of sehen. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und auch hier wieder zugeschaut haben, wie man mit Collodium und dem ganzen Verfahren vorankommen kann. Und was da alles an Steinen im Weg liegen können, bis man wirklich zu guten Ergebnissen kommt. Bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab. Ich bin Rüdiger Schestag. 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 Ich bin Rüdiger Schestag.